Welche Schuhe ziehe ich heute an? Ich kann entweder die schwarzen Flipflops anziehen oder meine Joggingschuhe oder meine Lederschuhe oder meine blauen Turnschuhe. Ich möchte heute weder die Flipflops noch die Turnschuhe anziehen, weil ich nicht zum Sport gehe, noch ist es warm genug. Ich könnte sowohl die blauen Turnschuhe als auch die Lederschuhe anziehen. Und zwar am Vormittag, wenn ich zum Einkaufen gehe, könnte ich die blauen Turnschuhe anziehen und später könnte ich die schwarzen Lederschuhe anziehen. Oder ich ziehe weder die blauen Turnschuhe noch die schwarzen Lederschuhe an und ziehe die Turnschuhe an und bin ein bisschen sportlich heute. Das ist die Qual der Wahl. Für was soll ich mich entscheiden? Ich glaube, ich entscheide mich für die Lederschuhe. Ich wünsche euch, dass ihr euch curriciner absolutamente breed findet. Und ja, das ist die Definition. Ich möchte euch Aufmerksamzierenidelten die Ich Auden. Ich wünsche euch vors accord das Öl-Ni-G Şimdi aufbrаетd countryside. These Jahrzehautos ist so governor ausny und wird der qua wipse un~! Ich wünsche euch noch nicht anfang. Wir sind care sehr schnell und wie alte, denn für die.